Im entscheidenden Spiel um den vierten Platz erwischt Ogulu den besseren Start, legt los wie die Feuerwehr und führt früh mit 3 zu 0. Aber Kickmedia lässt sich davon nicht aus dem Konzept bringen, er zielt schöne Tore und kommt auch früh zum Ausgleich 3 zu 3. Insgesamt ist es ein sehr unterhaltsames Spiel, insbesondere Dominik kann dem Spiel seinen Stempel aufdrücken und obwohl Ogulu ohne Auswechselspieler angereist ist, sind bei ihnen keine Müdigkeitserscheinungen erkennbar. Sie können den Abstand bis zur Pause doch klar erhöhen, 10 zu 4 der Pausenstand und auch im zweiten Durchgang. Viele schöne Tore auf beiden Seiten, immer wieder ab in den Giebel aus der Distanz, da gibt es nichts zu halten für die Keeper. Aber Ogulu hat sich den Vorsprung erkämpft und Kickmedia freut sich immerhin. Über die kleinen Sachen am Ende holt sich Ogulu den vierten Platz mit einem souveränen 19 zu 80.